Ihr hattet die Möglichkeit, ein paar Katzen eure Stimme zu geben, damit wir schauen können, welche Stimme diese Charaktere denn haben. Und jepp, ihr habt mir ordentlich Aufnahmen gesendet. Ich habe insgesamt 80 Aufnahmen zu diesen 5 Katzen bekommen und jetzt seid ihr dran. Stellt euch vor, es soll einen Warrior Cats Film geben und ihr sollt die passenden Stimmen für die Charaktere raussuchen. Ihr sollt entscheiden, welche Stimme am besten zu der jeweiligen Katze passt. Und das macht ihr folgendermaßen. In der Beschreibung sind 5 Videos. Zu jeder Katze, die eine Stimme braucht, eins. Ihr schaut euch ein Video an. In diesem Video sind alle Aufnahmen zu dieser Katze drin, die mir geschickt wurden. Jede Aufnahme, also jede Stimme, hat eine Nummer. Ihr merkt euch, oder schreibt euch auf, welche Stimmen eurer Meinung nach am besten zu dieser Katze passen. Ihr könnt euch auch gerne notieren, welche Stimmen ihr am unpassendsten findet. Denkt daran, es geht hier nicht darum zu schauen, welche Stimme die beste Qualität hat, sondern welche am besten zu der jeweiligen Katze passt. Wenn ihr euch das alles gemerkt oder notiert habt, könnt ihr in der Beschreibung von dem Video eine Umfrage finden. Dort könnt ihr dann für die Stimmen abstimmen, die ihr am passendsten findet. Ihr könnt auch für die Stimmen abstimmen, die eurer Meinung nach am wenigsten zu der Katze passen. Und das war's. Ihr macht genau das dann auch mit den anderen vier Katzen und fertig. Die Umfragen werden sieben Tage lang offen bleiben. Danach werde ich sie schließen, raussuchen, welche Stimme ihr am passendsten findet und darüber ein Video machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Abstimmen. Wir sehen uns im nächsten Video und möge der Sternklan euren Weg erleuchten.